Du bist abgehackt. Haben wir das zum Glück? Ruhig. Und so wie es aussieht. Hey, wir haben hier noch jemand. Ja, und ich habe Feng Ming direkt neben... Alter, sieht das Kind krank aus. Oder krass. Feng Ming bewegt sich nicht. Wir haben den Kettensägenmann. Den Kettensägenmann, das ist... Ich glaube, wir haben gleich einen Disconnect-Player. Der Kettensägenmann... ...mit der Hammerversorgung. Ah. Und der hat seine Kettensäge noch kein einziges Mal benutzt. Ich glaube, ich komme in den Keller. Und Feng Ming ist AFK. Ah. Ah. Die steht nämlich immer noch exakt da, wo sie... ...zum Start stand. Ne, jetzt bewegt sich da jemand rum. Ah, okay. Dann rennst du rum, oder bist du am Generator? Äh, jetzt renne ich rum. Ah. Ja. Nachdem er gerade zu dem Generator gekommen ist. Weil mein Plan war... ...den Generator... Ich glaube, ich sehe nicht. Ja, ich müsste hier oben irgendwo sein. Ich weiß nur nicht, wo der Kellereingang ist. Fast draußen. Alles klar. In dem Haus. Sabber. Okay. Wie kommt man hier raus? Ach, da. Ja, ich auch. Du kannst nicht mehr da gewartet. Ich lauf mal vor. Da kommt er nämlich. Nein, er rennt eben anderen hinterher. Der rennt eben gerade hier im Haus rum. Lass das mal die Eingeborenen, äh, Fremden machen. Ja, du willst doch nur die Putra haben. Richtig. Und den Sandikasten leeren. Oh, dahin kommt er direkt. Gehst du ihn runterholen? Äh, ja, Sekunde. Ich habe hier übrigens gerade Herzschlag. Ja, ich fange in den Salon rein. Ja, ich bin unter dem Salon. Ja, ich bin unter dem Salon. Ja. Na gut, er ist untergeholt. Gut, also. Nun schon wieder ähnlich, als... ... ist das wohl nicht mein Tag. Für alle, die zuschauen, bitte bescheidern, ob meine Leertaste zu hören ist und zu laut ist. Ich weiß es nämlich nicht. Also, ich höre im Moment gar keine. Aber ich schaue auch nicht zu. Okay, mein Mann sagt, man hört. Okay, mein Mann sagt, man hört. Nein! Ja. 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 Jetzt nicht mehr. Ja. Ach, wie regt sie sich um? Ich glaube, äh... Ich habe ihn dadurch verwirrt, dass ich im Kreis gelaufen bin. Ja. 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 Da redet jetzt jemand anders hinterher offensichtlich. Ja. Da redet jetzt jemand anders hinterher offensichtlich. Ja. Verdammt, jetzt rennt er außen rum! Die Sau! Da denke ich mal, er rennt nicht da lang, wo er langrennt und dann tut das doch... Ah, so kriege ich Heli-Points oder so. Heli-Li-Points. Ich muss die Generatoren reparieren. Schlimm, 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 schlimm. Der wird übrigens eventuell nicht in die Richtung kommen. Ja, ich vermute, weil der Generator hier neben mir ist gleich fertig. Wenn du das so sagst. Na ja, er ist mehr als die Hälfte weg. Oh. Da kommt er. Erfolgt, glaube ich, mir. Erfolgt, glaube ich, mir. Ja, ja, hört sich so an, als ob er mir folgt. Ja. Ey, ich bin da schon auf dem Weg, Mann. Junge, ja. Okay, erfolgt mir nicht mehr. Ja, weil ich ihn runtergeholte. Ja, hat mir schon vorher nicht gefolgt. Dieses Kreislaufen funktioniert bis jetzt in zwei Drittel aller Fälle. Jetzt sind der Generator erst total Marsch. Wie ist das denn hier vorbeigelaufen? Warum hängt man die Leute denn ab, wenn sie direkt wieder oben fallen? Keine Ahnung. Oh, Mann. Er hat schon drei Streams auf einmal zu schauen, nicht die Multitasking. Ja, Blecky. Lust zu gehen, bei Elche hätte ich auch mal dazu geschaut. Oh, ich laufe mal, vielleicht kommt er da hinter mir. Ja, er kommt. Er hat nicht gesehen. Er hat mich auch persönlich draufgelaufen, lag von mir hinter dir her. Er läuft hinter mir her. Nein, er läuft hinter mir her. Oh, ich laufe. Ja, gut, wir er läuft. Wir laufen in die gleichen Richtung das Öl. Ihn Rundfuhl. ich bin tot ja du bin unterwegs da 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 bin ich nein ah fuck jetzt ist er natürlich in dem Moment krepiert ja dann Luca äh gib mir ein sign das hat wohl nicht so wirklich funktioniert der wollte so in der Stunde kommen hat er gesagt 200 Mod ja ich glaube bei mir hast du nicht so viel zu modden neuer Team aber Multivat necci spimmelt ja viel schlimmer als Leute die vorher 5 Minuten AFK sind bevor sie was tun kann es nicht sein auch wenn du direkt weg bist apropos ich habe heute Morgen noch ähm jemanden geradet der hat auch Dead by Dead hat gespielt und da haben sie mir den Tipp gegeben äh das Strugglen vielleicht auf das Mausrad zu setzen also nicht auf Maustaste sondern auf das Mausrad dass du quasi scrollen musst dass das vielleicht funktionieren könnte ähn stir um oder 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 eine lassen oder Ähn oder oder